Mein Name ist Elke Müller, ich bin Geschäftsführer von Automobile Müller. Heute sind wir bei BMW und wir suchen dich als Verkaufsberater neue und oder gebrauchte Automobile für den Betrieb in Wittenberg. Wenn dich diese Stelle interessiert, schau dir dieses kleine Video an. In unserem BMW Autohaus bieten wir den Vertrieb an mit Neu- und Gebrauchtwagen, den Vertrieb von Motorrädern, Neu- und Gebrauchtmotorrädern und für beides den kompletten Service. Über Karosse, Mechanik, den Lack und natürlich die Aufbereitung von Fahrzeugen. Schön wäre es, wenn du eine kaufmännische Ausbildung hast, Erfahrungen im Autohaus gesammelt hast oder auch Erfahrungen im Vertrieb gesammelt hast. Du musst nicht unbedingt aus der Kfz-Branche sein. Auch Quereinsteiger haben bei uns den Weg zum Automobilverkäufer gefunden. Du bist als Verkaufsberater Unternehmer im Unternehmen. Du bestimmst deinen Verdienst selbst für dich. Wir haben Kernarbeitszeiten von 8 bis 19 Uhr. Deine Aufgaben als Verkaufsberater sind die Neukundenakquise, die Kundenpflege, natürlich der Fahrzeugvertrieb. Um das du ein Fahrzeug verkaufen kannst und der Kunde auch beraten werden kann, hast du die Möglichkeit, das Fahrzeug jederzeit vor Ort hier zu präsentieren dem Kunden beziehungsweise dem Kunden eine Probefahrt anzubieten. Der Vertrieb von Finanzdienstleistungen, also Leasing, Finanzierung und auch Versicherung, gehören zu deinem Portfolio. Wir sind wie gesagt ein Familienunternehmen, haben ganz flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege. Wenn du bei uns im Vertrieb beginnst, erhältst du für deine Tätigkeit einen Dienstwagen. Diesen Dienstwagen kannst du privat natürlich auch nutzen. Hast natürlich auch die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Am Anfang wirst du von unseren Mitarbeitern eingearbeitet und für den Job fit gemacht. Möchtest du dann bei uns bleiben und in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übergehen, beginnt bei uns das Training. Das Training bedeutet, du wirst ausgebildet zu einem zertifizierten Automobilverkäufer. Wenn dir unser kleiner Film gefallen hat, dann bewirb dich bei uns. Das Team von Automobile Müller im Vertrieb erwartet dich. Wir freuen uns auf dich.